m aber der Millicentum ich gehe weiter mit Battlefield 2 auf City Distrikt in dem Bild gehen wer vielleicht kennen die die aus der Serie äh Serie ja zu viel Black Hawk da auch ich jeden Fall der Black Hawk Crash steht und sauer und hock ist auch wieder dabei Koko ehrliche Spiel Tumut Führer Jörner ein dummer Fahra war verkehrt von mir aus sie haben über das Neiberg auch zu müssen zu so ist das ist nicht zu kurz werfen die Wester mit das Neiberglohn Das ist aber lustig. Nein, mit dem Haken versuche ich ihn zu erschlagen. Weil er uns wieder doppelt hört, wir sitzen wieder nebeneinander. Es wird in den nächsten paar Folgen so sein, beziehungsweise in alle. Ah ja. Es sind alle Battlefield-Folgen zumindest. Denn das Problem ist bei uns, da wir beide nicht unbedingt die Original-Version besitzen, spielen wir gecrackt und das geht leider nicht online. Und das ist ein bisschen so ein Problem. Und? Hä, was sowieso. Ich habe uns verraten, verzeih, Master. Ich habe mir vor anderes, doch bei dir in der Nähe. Iiiiih, dunk, oh oh. Verschützt. Pfff. Ist kein Auto, nix, Mopeds. Alter. Okay, klar, aber wo holt denn erst die Mine hin, oder du Mr. Bairns? Das geht ja nicht, das ist aber alles heiße. Ausgezeichnet. Aber was? Äh, Charlie's Quart. Okay. Woher muss er denn? Du. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Ich habe kein Eigenleben. Prozent das ist ja immer kontrolliert werden was ist uns anstatt lauter lustige Sachen so wollen will er denn jetzt sieben denn muss ich um einen Kölner alt immer nicht ganz sicher Schott und ich das alles mit Sleiter im Schuss die Opfer ein neues die Vorzeige drei Kriegsneipers bringt mir das nix ich mache noch mal auf uns das das überlebt oder so und ist doch überlebt wie ist den markt müssen wir nehmen ehrlich der markt gefahrt etwas aus wie der aus battlefield 3 vorher schon wieder oben ist geht ja gar nicht okay kommt der leiter nicht dafür wird wie sie im kanal Kind vor allem oder den kanal herum das ist klar Kind bist du so der richtige die wir sitzen bei der am doch Boden also so war es nicht als er trüßt und prüxel ich das ist ein ausbauen dazu zieht die das dem Ort in ihm und ob gezogen und erzielt und umgelegen nicht dann kommt und umtunten und umtunten und umtunten und umtunten Prozent 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 zum Entscheiden hat er jetzt vorbei wir raus ich komme mit Aussagen war aus dem Kanal da ich bin in der Sackgasse von Lolo wurden der Kollege so geht da auch mal kurz weiter und von Furcht um Prozent 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 bei mir nur kruft wo es da aussieht da hat er Probleme mit mir vor Jörg in Lohr was was auch Probleme aus wie vor Ort Bunker und so explodiert mit mir drin Holger und so Fähigkeit ist immer zu tun wenn du drin sitzt also gemerkt so als ich genau über dem gegnerischen über dem gegnerischen den das soll immer so gut auf Meisterleistung mit Handgranate Anna das wäre oder was man es ist er aus der übergegnerischen Punkt guckt vielleicht schug drüber kann er nicht einnehmen die kann nur Leitschäden schieb Schäden ja schaden die er wusste zwar der DT und rundherum Reiner gleiche Weg bitte was dann die Menübasse Kunden das heißt ich bin die Läden mehr und das hat auch was eben weil er vor sich konnten übernimmt oder wie ich das Fahrzeug nicht er kommt mir lebt sich für die offene wir offen ich nicht benutzen Lübsville ein Kabel und schloss ist es zu legen ich würde eben nicht vor der Prüfung vertreten was war Christine ich meine so gut so von zu behindert und über zum Springen dann klar und dann ist es behindert um sich hinzulegen ja auch er hat er der geht doch schon aus der will er will er Joklo ich habe mit der Mini gar keine Artikel umbringen hat der Kiel ist tot ich Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Reg die Leute ein bisschen auf, leg die Leute ein bisschen auf. Okay, ich hab mehr Tode als du. Okay, das ist eine Weißerleistung. Juck, mit der Sniper immer über allem. Aber es sind gerade keine Gegner da, halt mal auf. Wir sind alle beschäftigt mit mir suchen. Gut, sollen sie weitermachen. Na, so will ich nicht, jetzt will ich sterben. Alle, hopp. Da sind die Gegner. Ah, bei mir sind sie auch gerade draufgekommen, als ich da bin. Sind sie so viele, oder? Es sind eine Menge. Duh, reload. It's a me. Reloader. Mario. Mario. Ja klar, wenn ihr Meißerfuß umstürt, besser zum Treffen verfolgt, die alle hinter den komischen Dingen. Kisten, da, geht's drauf. Mit der Granaten muss ich noch ein bisschen üben. Du verwendest Granaten, das kannst du ja gar nicht. Was ist denn mit der Pärredolle ab? Ja, bist du lieber, dass du abgeschossen wirst, oder? Nee. Eben. Das beschwere dich nicht. So, ich geh jetzt noch mal in dieses Downtown da holen. Wir brauchen die Repair, schnell. Geh' dir coffee? Wir brauchen diese Schrauffüßen vorbei, wenn der verhältlich ist, der hat mich nicht gesehen. Oh, boah, das war Lack. Ich kann ja nicht mehr aufstehen. Weil der Dacheldraht im Weg ist, vielleicht. Ja. Boom. Wenn der Granaten explodiert. Stell dir vor, die Typen können ja werfen. Na, wach, da wär' ich nie verlauern draufgekommen. Loll, da kommt ja voll viele Sniper jetzt daher. Hehehe. Jetzt reicht's mal. Das Traumadag geht mal auf. Ich geh' nicht einmal gescheitert rein, jetzt schon voll um. Mach' mal noch Snipern. Dann können wir ein bisschen so vom Gebäude aufhören und fahr' da um und ober rießen. Bin ich kein Sniper mehr. Weil mit der Sniper triffst du jetzt nichts mehr. Na, und die war's nur aber verdammte Zeitverzögerung mit dem Mal aus und mit doem. Aber ich könnte, wenn du... Jetzt lebe ich wieder. Wenn du dir auf ein Gebäude rauf hast, könnte ich dir Deckung geben. Ich bin nämlich Medic. 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 Hallo, der Medic hier. Oh, jetzt wieder... Wo wir zu unseren eigenen... Oh. Unsere eigenen umgenähtet. Na, was? Friendly Fire. Weißt du schon was Tolles? Freundlicher Abschuss. Okay, sie wollen harte Geschütze. Ich bin doch kein Medic mehr. Weg mit euch. Weg mit euch, ihr verdammten Bastarde. So. So. So, jetzt kann ich da reloaden. Sehr gut. Sniper, 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 Sniper. Seitdem muss ich Sniper. Du magst eigentlich gar keine Sniper. Du bist da einfach unwürdig. Das haben wir schon einmal beschlossen. Ja, so. Und da wird die gesamte Reihe eigentlich ausgerautet. Ja, die sind ein bisschen offen gestanden. Ja, ich bin auch offen gelegen. Gelegen, ja, trifft man die schwieriger. Löcher. Das ist so! So, ich bin auch sicher. Nein, ich lebe keinen Schuss mehr! Nein, lieber verdammte Zeitverzögerung. Beim No-Blog merkt manаниpergum. Oh, Panzer! Echt Panzer? Panzer. Da haben wir doch das Richtige für. Hätt mal das Richtige für. Möck! 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 8 das ist die Spiel neue Worte und die zwei Kielsmoke mit die Mitglieder jetzt ist die Volkontäck loslaufen die Handgranaten gesegnet und schlusses und ich Menschen obwohl Jung voll bin als Letzter weil wir wirst du sehen wollen wir sehen uns im nächsten Part in der nächsten nicht der Part wir haben ein anderes Spiel in einem anderen Spiel ja in einem anderen Spiel wenn du bist die Welle ich bin der Trax Simulator ich bin dran noch eine Runde die waren viel mehr als wir okay ich meine Danke bis zu sein lasst eine Bewertung da